Nein, der muss nachladen. Okay, ich muss jetzt den, ich muss die Disc weg machen. Die Disc ist im gefährlichsten. Kann man die fangen? Hätte ich die fangen müssen? Ich hoffe es nicht. Gott sei Dank, man sieht mal welche. 62 Prozent, 72. 72 hört so gut an. Cool, zack. Der hat's erwischt. Ja, bei dem Ding habe ich jetzt keine Angst vor. Das kann jetzt nichts großartiges. Das wird mir ja nicht gefährlich. Jetzt trifft er. Das war so klar. Der darf natürlich jetzt nicht treffen. Ah, das hättet ihr vielleicht nicht machen sollen. So als Tipp. Der ist weg. Nice. Ah, den kannst du nicht einschüchtern. Der ist viel zu weit weg. Was soll denn da eingeschüchtert werden? Ja, siehst du, das geht nicht. So, du kassierst jetzt aber einen. Gott sei Dank. Jetzt will ich aber mal einen kräftigen Schuss von dir sehen. Wunderbar. Wie der geflogen ist. So, jetzt ist das der letzte. Steven, das ist deiner. Alter. Steven hat mir da schon die beste Knarre jetzt. Alles wieder im grünen Bereich. Ich war ganz gut eigentlich. Einmal hier rüber sporten. Dann kann ich die auch heilen. So. Auch nachladen. Du lädst du auch nach. Du hast nachgeladen. Lass mal jetzt ein bisschen weiter nach vorne gehen. Du machst einen Feldbus. Den HLW-Mau. Boah, Steven brauche eine dickere Rüstung. Das ist richtig. Das ist mal ein kleiner, richtiger Tank, ey. Das ist mal das. Das ist mal das. So. So. Ich glaube, so stehen wir ganz gut. Hm. Wie groß ist denn das Raumschiff? Jetzt auf hier hinten wird die Post abgehen. Ich fülle es einfach hier rein. Jetzt will ich kein langes Fehler lesen. Ich könnte eigentlich, die schicke ich mal noch weiter nach vorne. Ne, Moment. Erstmal nach da. Jetzt dann nach. Yannik. Rennt bis nach da. Und du rennst bis nach hier. Janik, spiel bitte. Habt ihr was gehört? Tum, 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 tum. So, Ladies. Was machen wir denn jetzt? Wir wollen hier rein gehen, da müssen wir nicht durch das doofe Tor. Wo ist denn hier? Oh, Steve, richtig. Leise wie eh und je. So, alle nachholen. Jetzt hab ich grad Janik nach da gestellt und mich nach da. Das war natürlich wieder klug, oder? Tatsächlich. Janik, stelle wir mal nach da. Steve, stelle wir mal nach da. Die Sniper Tussi, stelle wir mal nach hier. Ich stelle wir mal nach da. Du machst ein Feldposten an. Feldposten. Du musst auch Feldposten. Jetzt passt wieder nix. Ja, ich mach jetzt die Tür auf, dann geht's los. So, jetzt mal Steven, Feldposten, Janik, Feldposten, Glazzi, Feldposten. Oh, der eine ist abgehauen. Ne, mach ich hier die Tür auf. So. Scheiße, die hätte ich fangen können. Oh, der eine ist abgehauen. Das sah gerade zu gut aus. Nice. Ja, na. Oh, Junior. Den fange ich jetzt. Den muss ich jetzt fangen. Was ist jetzt los? Oh nein, oh nein. Ich habe es vergessen. Oh. Ach nee, zum Einsatz. Betäuben bitte. Ja. Das lief gut. Mit Double Penetration. Das sieht so geil aus. Oh Gott, wie cool das. Na gut, die hat es ein bisschen erwischt, aber es ist nicht so schlimm. Auf bezeichnete Arbeit, Commander. An einem lebenden Alien können wir viel mehr Experimente vornehmen als an einem toten Exemplar. Hey, wir haben doch schon ein Totes. Oder? Natürlich haben wir ein Totes und ein Lebendiges haben wir jetzt. Das Satellit über Russland ist fast fertig. Ähm, wir haben kein Geld. Verbessert ein neues Projekt. Gießerei, was hast du? Oh, Alter, na, Gießerei. Alter, was es da alles gibt. Munition sparen. Die automatische Waffenlade fungieren. Aha. Aha, Tonabfang. Finde ich jetzt nicht so geil. Schiff Plasma. Aliengranaten. Schwere Waffenplatte brauche ich auch nicht. Hm, Munition sparen hört sich gut an. 150, Alter. Die Projekte kosten am meisten. Forschung, Aktefolgerung, ne, brauchen wir nicht. Technikabteilung. Ich brauche mal eine andere Rüstung. Das gibt doch bestimmt mal irgendwie eine andere Rüstung. Plasma-Präzisionsgewehr fertig. Geil. Zur Herstellung. Schwerer Laser. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Ich habe ja jetzt das andere. Plasma-Pistole. Legierungskanone. Acht Tage. Hm, Acht Tage ist aber noch viel. Mach mal die Pistole. Zumindest die Sniper bräuchte. Eine Pistole, ne. Mach ich jetzt lieber die Legierungskanone oder lieber die Pistole? Mach ich die Pistole. So, wie viel kostet das denn jetzt? Ne. Ne. Laser-Pistole. Ich habe schon eine Pistole. Ich könnte die hier auch erst mal nehmen. Ja. Also ich muss 472 bezahlen. Ich raste aus. Nee, Alter. Das kriege ich ja nie zusammen. Bye. Das Ateliten starten kann ich nicht. Besuche den Schwarzmarkt. Das ist... Nee, das ist nicht machbar. Nicht bezahlbar. Ich brauche die Legierung. Geht, die sind beschädigt. Die kann ich noch wieder weg machen. Aber... 200 Geettinger kann ich weg machen. 2 Chirurgie. Ein Flugcomputer. Von 310. Oh, 390. Ging doch... Irgendwie. Sei mal her. Technikabteilung. Ey, da bin ich jetzt die Snape ab. Wie geil ist das denn, Alter? Dann fick ich ja alles. Aber mir fehlt... 4... 4... 4... 72. 72 fehlen mir. 72. Das kriege ich doch noch irgendwie hin. Das kratze ich mir doch irgendwie zusammen. Komm. 72. 72. 72. 72. Jetzt habe ich irgendwas verkauft, was ich hätte gebraucht. Pass auf. Ey, habe ich. Geil. Alter. Die Plasma-Pistole. Ich will die Forschung ändern. Aktuelle Forschung ändern. Das brauche ich nicht. Okay, das ist jetzt hier erledigt. Plasma-Kanonatio erledigt. Schwere Laser. Präzisions Laser. Brauche ich das mal nicht. Sektuiden Anführer. Hyperbillen. Sektuiden Autopsie. Eine hochgefährliche Spezies, Commander. Auch wenn das Erscheinungsbild der Kreatur weniger angsteinflößend ist, ist ihre psionische Kraft vielleicht größer als bei allen anderen. Ja, ey. Mir geht mein Popschutz gerade so mega auf den Piss, ne? Das hält nicht. So. Ähm. Bis zum nächsten Mal.